so ähnlich viele bauteile heide wird es gerade die haben echt nichts zu tun so wir gehen jetzt mal in die richtung oder auch doch nicht so irgendwie gerade noch drin ja natürlich irgendjemand war doch ganz dringend stress mit mir anfangen dankeschön fahren wir doch einmal durch und niemals mit und mit tor auf eis mitnehmen hier ist hier und das hier und da verkehrt aber noch ein paar mord hast du noch ein paar maschinengewehre kann man noch mitnehmen lese kann man mitnehmen ich glaube das eben ein paar gute waffen spendiert müssen davon nichts ausgeben haha so frontlaser hier hin da unten noch mal eingesehen für hinten falls das kommen sollte die normalen blöcke ja die brauchen wir nicht mehr wir können noch weitere morderen bauen dies sind immer gut ich würde mal sagen das kostet wir sind gut ausgerüstet auf nach unten und ja und einmal erst okay es ist auch egal es haben wir schon weggeratzt und einmal hier durchfahren dankeschön basis ich habe was für dich du kannst wieder frohlockend schaffen also du bist du nicht schon davor getan hättest aber du weißt schon was ich meine so dann sage man nämlich tut doch mal bitte überhaupt immer verarbeiten und schickt doch gleich mal nachdem ihr so viel haben 1 2 3 4 5 6 ein bisschen was davon nach oben so kann man gerne den rest mitnehmen weil wenn das zeug eh rumliegt warum nicht drüber fahren mitnehmen das ist nur ungern sachen jetzt zurück und naja gut okay jetzt haben wir noch mehr teile rauskost dem ganzen na komm schon na dankeschön dankeschön noch ein bisschen mehr holz schadet nie schadet nie und wir haben noch ein bisschen mehr kunststoff rausgeholt das heißt wir können kunststoff auch gleich sagen hey bitte einmal verkaufen und zwar was haben wir denn hier aber dann so dass wir sie immer noch schießt das zeug nur hoch schießt das zeug noch dankeschön gleichzeitig sagen wir jetzt noch wir wollen ja ein paar teil noch haben bauen wir doch noch mal 123 kunststoff haben wir noch ein bisschen 5 wir brauchen noch grün emerald dazu so grüne kristalle grüne kristalle für das zeug ich finde ich das denn jetzt auf anhieb muss ja nicht viel sein auch bloß eine handvoll bloß eine handvoll so gut man arbeitet sich doch was dann sehe ich doch was immer hier querfeld eingefahren oh gott oh gott so dankeschön nimmer ist mit dem als mit ja ich habe auch noch zu gerne eigentlich wenn du es so freundlich wärst und mir ist neben könntest dann hat eben nicht okay ich muss ja gerade kommt nimmst mit dem smith mit ihm wollte ich doch jetzt gerade gar nicht kämpfen erst du auf verdammt 1 hörst du auf ich habe gerade besseres zu tun als mich mit dir anzulegen so schaut sie mich aus da bereich die natur doch mal schonen heute einmal so und einmal zurück dankeschön sagen wir ihm noch bitte einmal die ganzen immer ist hier sobald was kommt verarbeiten aber wir haben ziemlich viel gerade so dass wir sie machen sehen hochschießen die stratosphäre wenn wir zu viel haben wissen wir ja ich nicht gut ich glaube ein brauchen wir noch oder jeb ein einziger muss noch her damit ich doch das ist doch gar wunderprächtige natur wir könnten noch ein bisschen robo schießen oder 6 7 vielleicht sogar also ich glaube der abschluss rampe gerade mal ist einfach zu gut ist einfach zu gut okay wir haben jetzt ein paar sachen noch die man kaufen kann 5000 hat okay das meiniges vertickern da entgegen zu kommen okay da kann man aber bisschen was machen dafür zwar hat gesehen ist der ist irgendwo da oben gespawnt das müssen wir nicht unbedingt haben okay kohle kann man verkaufen ist sehr schön gut aber ich brauche ihr titanium beziehungsweise neue sachen braucht das land du warst es magt was du glaube ich hier du bist nichts neues ich kenne ich bereits ich habe ich ab gras ich habe mal irgendwo hier ja dann geht das du versuchst mich zu töten so dankeschön bisschen rücken in den hinweg damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet damit haben wir nicht gerechnet dass du einfach jetzt versuchst meine sachen kaputt zu machen dass sie mir jetzt so viel problembereit ist aber auch nicht gedacht ich habe ich gerade frisch gebaut junge könntest du vielleicht aufhören damit danke so jetzt aber mal könntest du sterben danke du hast mir nämlich jetzt gerade zu viel geklaut eigentlich das ist nämlich weniger gut was du gerade favoritiert hast okay der ist schon mal oh gott gut kaputt wo ich gerade sagen aber das ist natürlich noch kaputter und definitiv bessere angriffswaffen okay laser kanonchen zum thema wir machen mal kurz einen prozess mit ein ja 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 es scheint hier gerade eher weniger der fall zu sein ich habe gesagt zum glück ist eine laser kanone ich möchte mich nochmal wiederholen müssen mitnehmen jetzt fühle ich mich doch wesentlich besser was mich jetzt aber etwas stört ist dass wir unsere guten ressourcen prozenten verloren haben es ist ein paar mörser wie es ausschaut das gefällt mir ganz und gar nicht gut die paar klötze können auch wegfallen was sind das hier keine steinchen das war es aber auch schon oh man oh man oh man ist nichts wäre ich jetzt umsonst das gebiet hier gefahren ich glaube hier scheint wir ja ok da sind gegner was was auch schon ein gegner und nichts weiter ein bisschen kohle aber da kann man die richtung mal abdrehen wir kommen zumindest gut voran so viel ist schon mal gesagt aber mehr ist irgendwie nicht da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet na gut da hier ist auch nix nur weite wüste und prairie sage ich mein morgerie na gut dann komm dann nehmen wir ein bisschen kohle mit dankeschön alles einheims was man einheims kann na komm 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 wie gesagt was mit dem kann dann die muss auch mit kann man es doch noch ein bisschen was aufnehmen so funktioniert gemeister schießpulver arbeiten und dann verkaufen dann auf geht's na das war eine schnelle geist erscheinung heute witz ich habe mich immer noch wo ich die anderen teile hier finde weiß ich muss rausgehen die welt und alles entdecken und erforschen aber ich bin jetzt schon gut weit raus eigentlich ich bin ich zu weit draußen kann ich auch sein wie wenn sie mir denn sehen jetzt müssen wir erstmal kohle zusammen kratzen und mehr titanium um unseren ganzen block jedoch etwas robuste zu machen muss ich auch in die richtung ein bisschen mehr gehen das kann genauso gut sein also grüne immer ist ja nicht mal so schlecht und ich sehe unser hauptquartier ach ich bin jetzt schon froh wenn wir wieder dort sind so ein bisschen um die bäume herum weil unnötiger weise möchte natürlich nicht alles gleich kaputt machen hat schöne gewünschte wie man merkt es gibt ein paar frame rate einbrüche liegt wahrscheinlich daran dass wir zu viel material drin haben soll ich ja nur problem einmal so und zurück als einparken war niemals stecken im spiel so und na 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 so dankeschön dann refercator ähm das brauchen wir gerade nicht aber gunpowder so viel wir gerade können und bitte noch einmal eins zwei drei stück davon bauen das wäre herrlich so und dankeschön ich glaube wir haben kein mit teil mehr was man dafür brauchen oder metal braucht der gute mann so was wir noch sagen können ist sobald du hier gunpowder hast immer verkaufen na 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 wollte ich gerade voll oder was ist aber weniger gut man schießt weiter nach oben aber wir haben gerade gar nichts mehr okay nur noch ein bisschen nach oben jagen na komm schon und zack nimm es mir nimm es mir weg na jetzt meine anzugskraft ist zu stark dafür okay sagen hier kommen hin das gegen wir brauchen erstmal kurz ein bisschen metall und ich würde sagen diese metallklotz hier dürfte mir als ausreichend sein kommst du 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 alles was wir kriegen können immer mit und hoffentlich kümmer die basis an vollstopfen lauter tollen sachen die das leben schöner machen solle jetzt der schaut auch wesentlich besser aus ok aluminium was mir so macht es zu ihm jetzt gleich mal hier hingestellt das gleiche machen wir noch mal hier so schön so jetzt ok jetzt schnappt das ist so nach und nach zumindest ist wenn du wisse kohle hat ist es hier nicht mehr noch na dankeschön er darf nicht zu arg beschäftigt sein ok das kann ich verstehen das kann ich verstehen ähm bitte 1 2 3 4 5 6 das ist mir noch gerade alles hier um mit jahren mich glaubt gern powder merksakt zu im hochgeschossen werden doch damit kann ich eben damit kann ich mehr ziehen und wir haben ja 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 ich habe gehört ihr wollt ihr dankeschön ich habe gehört ihr wollt ihr dankeschön booyah ok wir haben ein paar schöne experiment hier gemacht und ein neues bauteil bekommen jaha was bist du was bist du was bist du was bist du ich kann ich noch nicht nehmen gott ok dann müssen wir sagen moment wir haben es ja gleich haben es ja gleich so rüber gestellt beziehungsweise du musst eher hier umgestellt werden damit das hier nach vorne reicht und ich glaube den block können wir mal hier hoch bauen die nach hier das nach dorthin oh ja oh ja oh ja und laser kanönchen ich liebe laser kanönchen was wollen wir noch alles sicher brauchen auf jeden fall 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 wir brauchen auch noch eine schlussverrichtung nach hinten habe ich festgestellt finde ich gut finde ich gut habe ich nichts dagegen dann einen kleinen motor der nach hinten gerichtet ist brauchen wir noch mal eine weite batterie hier wir könnten sagen also wir wollen ja eher eine front angriffseinheit sein das heißt du kommst uns hier hin das kommt uns sehr gelegen dankeschön weil es hinter wieder einen angreifen sollte haben wir jetzt auch einen rückgläser wieder ein paar maschinengewehrchen das ist auch nicht schlecht würde ich mal behaupten das promo cut gar nicht immer noch maschinengewehrchen hier morse nach hinten gerichtet ist hier hier hin hier ist gerade sonst nichts mehr ja sind zwar etwas beschädigt aber noch kann man was mitnehmen noch kann man was mitnehmen und zwar brauchen wir jetzt nochmal ... ... ... ... ... das ding schaut böse aus ich glaub den baum und sind oder dem baum und sind und das hier weg die lese können wir uns für die seite mal aufheben als damals da ist auch gar nichts mehr doch 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 das schaut mir nach dem adäquaten geführt für uns aus so langsam wird es doch das laser liebe laser also was du bist so leistet ich brauche nicht die brauchen wir hier nicht so leben